Zur Weihnachtszeit aufgepasst, hat die KI uns ein Gedicht verfasst. Nun tragen es vor, mit Freude im Hetz, unsere Mitarbeiter und Kinder, kein Schätz. Wir wünschen euch eine Zeit voller Ruh, mit Kerzenschein und Plätzchenduft dazu. Möge das neue Jahr bringen Glück und Licht, wünscht das MPTV-Team, vergesst uns nicht. In der Weihnachtszeit, so herrlich und klar, blicken wir zurück auf das vergangene Jahr. Dankbar für Fedra und Hydra, ja fein, in eurer vernetzten Maschinenwelt zu sein. Unsere Software ist smart und präzis, macht eure Fabrik zu einem Erlebnis. Mit Software voller IoT steigt die Produktivität wie noch nie. Tag und Nacht mit der MIP vernetzt, wird jeder Prozess von uns aufgesetzt. Eine Smart Factory, so leuchtend hell, das ist unser Weihnachtsappell. In der Stille der heiligen Nacht haben wir auch an Industrie 4.0 gedacht. Mit Hydra und Fedra in Aktion steigt die intelligente Produktion. Frohe Weihnachten, liebe Kunden, wir haben den Nutzen gefunden. Mit Fedra, Hydra, KI und Vernunft geht die Fabrik in die Zukunft. Wir sind die Kleinen, Groß und Wild, sehen Papa und Mamas Arbeit als unser Vorbild. Mit Fedra und Hydra so toll, machen sie die Fabriken voll. Frohe Weihnachten, das wünschen wir, dankbar für die Zeit mit Mama und Papa hier. Auf das neue Jahr blicken wir nun mit Cyberphysical Systems Thun. Gemeinsam werden wir es meistern mit MPDV-Lösungen vom Allerfeinsten. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2024. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2024.